So, Endkampf. Hast du das nicht von uns gerade schon gesagt? Jetzt ist wirklich der Bereich von Endkampf. The world of the warrior. Toll, die Plattformen sind ja echte Reißer. Mhm, hab ich das aus langer Weile gemacht. Guck mal, hier durchgucken, ist das nicht schick? Da unten kämpfen wir jetzt gleich. Auf der Plattform. Ich hab mal einen Screenshot gemacht. Um zu beweisen, du hast bis dahin mal gespielt. Mhm. Genau. Und dann fangen wir wieder mit Level 30 im Level 1 an. Ne, ne. Die Gegner bleiben dann genauso auf deinem Level, wenn du neu anfängst. Achso. Und bei den DLCs auch. Wenn du DLC anfängst, dann sind die Gegner auf dem Level, auf dem du das DLC anfängst. Mhm. Das wird schon entsprechend skaliert. Äh. Muss jetzt irgendwas noch drücken? Irgendwas muss man drücken, oder? Ah, den Knopf. Hab ich nicht gefunden. Tjoa, nö. Ach, Benni, wenn du dich auf jede Querstrebe stellst, dann fällst du halt nach unten. Ne, ich bin ja mit Absicht runtergesprungen. Achso. So, hier gibt's immer jede Menge Munition, alles an Munitions auffüllen, was man so kann. Gibt's, hier gibt's nochmal ein Schild. Extra. Nochmal zwei Class-Mods. Lebensenergie auffüllen. Jetzt nochmal da. Ähm, Muni auffüllen. Mh. Don't let it go to your head. Don't have too much fun. Ich hätte erstmal das kostenlose hier genommen. Ach, Quatsch. Geld haben wir genug. Geld hab ich halt wirklich genug, gefühlt. Also, ich hab irgendwie 330k. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß nicht, wie man irgendwann mal Geld braucht für das Spiel. Okay. Lesser für den Körper als jedes Placebo. Also das hier, ähm. Maximale Gesundheit plus 720. Äh, wo hast'n das gefunden? Das hab' ich nicht gesehen vorhin. Ja, das ist meins. Ähm, mein, mein Assassin-Ding. Class-Mod, oder was? Mhm. Ja, da kann es sein, dass ich die nicht gelesen hab. Äh. Kapazität 3179. Hölzelt Schaden von Explosionen. Hm. Nehm' ich das? Was hab' ich denn momentan? E? Komm' ich irgendwie hoch? Nein, nie. Ah, so komm' ich hier hoch. Mhm. Sehr gut. Da werden wir gleich kämpfen. Ich find' so geil, wie mein Ziel einfach komplett auseinander geht. Okay. Jetzt hab' ich bis 229, äh, Schildkapazität und plus 40% Ladegeschwindigkeit, aber ich glück' ich nehm' lieber plus 720, maximal der Gesundheit. Du hast drei Wiederaufleben-Skill. Hm. Ich treff' richtig gut. Hm. Ach, ich schieß' grad' nur auf die, auf die Rugs. Ich treff' richtig gut. Geld hab' ich eigentlich. Ach, haben wir nur aus Versehen ein paar. Oh, da guck' mal, das fällt mir grad' jetzt auf, dass da Dingens ist. Bist du irgendwann mal ready? Ja, ich muss noch ein bisschen Money einkaufen. Ja, das dauert aber keine drei Jahre, da bist du dann fünf Sekunden durch. Doch, das dauert Jahre. Ja, nur bei dir. Ja. Ich werd' jetzt noch ein Kredium haben. Ja. Ich hab' schon alles leer gelootet. So. Ich mach' grad die. Was ist da rumfliegen? Ich wollt' grad abkürzen über'n Felsen. Was ist da? Und sich bache Mauer. Toll, toll. What the fuck? Warten. This is where it all ends. Once the air charges the key, I'll control the warrior and wipe you bandits off my planet. When you get to hell, tell your Bolt-Hunter-Friends I said hey. Wann die irgendwann mal aufhören? Weiß ich nicht, komm doch mal hier runter, dann werden's schon irgendwann aufhören. Weil sie sind bloß zum Money verbrauchen da. Kann durchaus sein. Ich hab' grad aufgefallen, dass ich mir eine Waffe, die ich eigentlich benutzen will, ganz sehr geschossen hab' in den Waffentyp. Ganz schön dumm. Ja. Sollte ich's jetzt nicht ausgedrückt, aber... Ganz schön unvorausschauend. Jack. Hey, you're right on time. He was nearly ready. But before I cleanse this planet for good, I'm gonna avenge my daughter. Wo ist er denn, der echte? Das ist doch nicht. Ach, der ist ja noch unsichtbar. Da ebt's gerade was vor sich hin. Ja, das ist er. Der ist immer noch so froh. Ja, hat er viel ausgehalten. Hm. Das ist klar. Will Warrior. Das ist lauter. Ja. Ich weck mich mal auf einen Raketenwerfer. Du musst die Brustplatten müssen wir abschießen und dann da rein halten. Okay. Du brauchst also nicht einen Raketenwerfer, sondern irgendwas was halbwegs genau schießt. Naja. Alter. Alter. Aua. Ah. Fuck, 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 fuck. Wo fliegst du hin? Ah, ich bin voll in die Lava gefallen. Nicht so günstig. Komm wieder raus. Ja. Das Ding hat mich voll da reingefolgen. Krustplatten. Ja. Jetzt ist es nämlich schon wieder offen. Morbus Reising, geh auf die hohe ground. Wir müssen nach oben, wir müssen nach oben, wir müssen nach oben. Nach oben? Ja, weil die Lava hochkommt. Nö. Du musst irgendwo in die Mitte, dann wo es halbwegs oben ist. Offen. Ah, ist schon wieder offen. Gieß drauf. Ich treffe nur immer ungefähr. Ich kann nicht so gut treffen. Hier unten sind noch solche kleinen Mistviecher. Ich brenne immer noch, wie beklappend. Oh, nicht Laffungsland. Oh, hier gibt's ja noch. Was sind das denn für Viecher? Fuck. Wo bist'n du jetzt? Bist'n du? Da bist du. Ich kann nicht schießen, wenn ich dich halte, ne? Hm. Boah, das gibt's aber auch nicht. Hast du wieder? What the fuck? Wie machst'n du was? Weiß ich nicht. Jetzt lebst du aber wieder. Okay. What the fuck. Whatever. Jetzt hab'n auch kein Faskelenleben mehr. Das ist uncool. Hm? The Lava is rising? Da ist irgendwie ein Gegner. Da ist er. Ich mach'n! Das ist der Kabel, ich hab'n! Komm! 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 Mach das gerade eine 800 Krippel. Die ganze Zeit. Ist vielleicht ganz schlau, aber ich hab irgendwie... Ich treff' nichts. Nebenbei die kleinen Mistviecher noch. Abschießen. Da kann ich ihn glaub ich auch woanders treffen, aber oh oh, ich flieg viel durch die Gegend. Wow, ich bin grad wieder. Alter. Bam, war mal schön getroffen. Wow. Oh. Der Rack. Ähm. Fuck. Fuck. Warum trenne ich ihn wieder? Ah, weil das Ding dort ist. Okay. Ja, grad jetzt muss ich die Munition nachladen. Quid. Hits. Ja, wo gibt's auch hier Munitions...dingens. Au. Sag was Munitionsdingens. Warum ist es... Boah, Alter ey. Krass'n. Wer ist jetzt da? Boah, jetzt lädt er schon wieder bei mir nach. Ach hier, die wohl keine Chrysalis haben diese Probleme, hm? Wenn wir laufen. Ja. 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 Oh, Alter. Der ist immer nur am zurückziehen. Hihi. Wenn du Lebensenergie brauchst, du kannst solche Dingens hier, die teile hier entziehen. Ich steh hier oben relativ sicher. Hab ich keine Munition mehr für das Ding hier. Wie gesagt, aktivier doch das. Gibt's so Pickups, die hier oben stehen. Aber er ist ja fast tot. Ja. Ja. Äh, schieb mal. Mach den grad die ganze Zeit auch hier. Aber irgendwie steckt die doch nie an, oder? Doch jetzt steckt's wirklich mal angerissen. Boah, Alter. Ja. Ach, diese scheiß kleinen Viecher hier, ey. Ich komme schon mal zur Weißblut. Er ist fast tot. Hat nur noch einen Fizzischen. Hat die Postblatt wieder geöffnet? Ah, jetzt ist er tot. Endlich. Hup, hup, hup. Er kommt nicht auf die Loot geflogen. Lootregen. Lootern, lootern. Muss nur noch einen Knopf drücken. Hab ich. Hast du schon? Ah, dann wird's jetzt geschossen. Blem. Da kommt noch mal Loot raus. Wo kommt Loot raus? Hier oben. Die Glut in der Mitte. Ach so. Warum ist das so hell? Weil, guck mal, rechts neben dich. Ferti Bandits. Naja. Ja. Lass mal alles aufnehmen hier. Alles aufnehmen. Weißer Inventory ist voll. Mist. Du wirst nicht alles aufnehmen. Weißt du was? Der geht mir ganz schön um den Sack. Ich hab mir jetzt kaputt gehauen. Hm. Hier gibt's noch was für dich. Hier Handsome Jack. Skin Unlock. Hier. Der Lieder Ding. Der Lieder Ding. Der Lieder Ding. Warte. Auch noch nisch drücken. Ich muss erst mal was wegwerfen. Das kannst du auch direkt wieder einsammeln danach. Dann musst du das bloß aktivieren. Ich kann hier cool's wegwerfen. Ja. Du musst das bloß einsammeln aktivieren. Dann kannst du wieder, dann hast du wieder den Platz frei. Ja, ich muss bloß erst mal. Oh, die neue Riddium. Cool. Hallo, Berks. Yeah. Herzlich willkommen im Stream. Oh, hier liegt was blaues. Ich hab sogar Zuschauer. Krass. Obwohl ich so ein altes Spiel spiele. Hm. Ja, das sind halt gute alte Spieler. So, all the fuck. Nee. Ich hab gesagt, du sollst diese Maske aufnehmen. Die Lila Maske, die da oben liegt. Lila Maske, Lila Maske. Direkt neben Lila. Da. Und die kannst du aktivieren. Nämlich den Skin. Da kannst du als Handsome Jack ins Kopf bekommen. Ui. Geil. Ein Kopf. Musst du mal machen, wenn du wieder bei der Skin Kustomisierungsstation bist. Das ist schon ganz witzig. Kann ich eigentlich... Ich kann doch hier hinten hinlaufen. Guck jetzt mal was da ist. Ich glaub hier war ich noch nie. Hm. Was? Wo? Hä? Dort ganz hinten. Ja, hier ist glaube ich nix. Ich glaub einfach mal hin. Blö. Hier ist nix. Aber bleib mal dort stehen. Dann kann ich ja ein Foto von dir machen. Warte mal. Schöne Waffe auswählen. Die. Da. Äh. Hacke nur ein bisschen beim Zielen. Oh mein Gott. Da. Ich kann im Profil so schön hier stehen. Vor der Sonnenuntergang. Warte mal. Wir machen mal ein bisschen Fotosession hier. So. Draw me a wonderful French girl. Äh. Äh. Hops. Äh. Ich kann nicht... Ernsthaft? Ich kann nicht mehr als auf immer drücken. Was mehr als auf immer? Naja. Ducken und gleichzeitig F12. Also ducken bleibt eigentlich, wenn du einmal ducken drückst. Naja. Bleibt nicht. Na hast du umgestellt. Bei mir. Ich kann hier drücken. Bleibt geduckt. Na ja. Aber es hat eine andere Kombination. Es hat ja nicht einfach nur F12. Sonst hat es eine Steuerung. Ich ziehe noch überste Wolken nach oben. Ja. Was hat das denn? Schön animiert. Ja. Das sieht ja auch krass aus ey. Kommt alles hier vom Herr der Ringe hier. Äh. Auge. Ich weiss nicht, ob das Herr der Ringe Anspielung sein soll. Wäre mir neu. Also hab ich noch nie darüber nachgedacht. Was das Herr der Ringe sein könnte. So. Bah. Tod. Ach. Jetzt hat er die wieder angelockt. Hahaha. Wenigstens triffst du sie diesmal. Das Tolle ist, die gehen eigentlich. Gehen eigentlich ganz. Im Schluss kaputt und geben Lebensenergie. Äh. Geben. XP. Das ist sogar gar nicht so knapp. Der Teori. Achso. Warte mal. Wir müssen hier dann noch. Pick up. Warte mal. Lass mich. Du willst mich. Du willst mich nicht. Warte mal. 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 Lilith. Where the hell were you guys five minutes ago? If it weren't for the Vault Hunter, we'd all be dead. I think that's our way of saying we won. Ich habe das gedacht. Wenn ich das nicht wieder sehe, dann wird es zu schnell sein. Es hat Spaß gemacht, du alienige Pizzer. Cool, das ist ein Interaktiv-Kotter. Ja. Aber diese Wald? Haha, du weißt, was das bedeutet. Ja. Kein Rest für die Wicke. Der Spielverlauf-Mode ist freigeschaltet. Du hast gedrückt, ja? Ja, ich habe schon gedrückt. Das hat es bei mir dann auch beendet, das neue Spann. Tut mir leid. Ich war gerade schön am Updancen. So, wo geht es denn da hin eigentlich? Bis zum nächsten Mal! Wo angekommen, wie geht es? Bis zum nächsten Mal! 助ge. Vielen Dank.